Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und irgendwie sehen die Kinder alle nicht so glücklich aus, das ist eine Sache, die hier passiert nun mal. Die ganzen Kinder stehen gerade alle auf, die Mutti schläft noch, aber die Kinder müssen ja auch bald dann zur Schule. Deswegen, ja, die machen sich gerade alle fertig. Sonst ist in der Nacht nichts passiert. Die Nacht war sehr ruhig und auch das Ende des Tages war auch sehr ruhig. Unauffällig, als ob sie jetzt daran arbeiten will freiwillig. Was denn mit ihr? Ich meine, ich akzeptiere das, aber okay. Und ab geht's zur Schule. Oh, wir kriegen schon fast unser Kind. In 10 Stunden ist schon ein drittes Trimester. Bruder, wir kriegen heute Kinder, ja! Ich freue mich. Uff, ich hasse es. Warum geht immer alles kaputt? 1.500 ist einfach schon so heftig, ne? Liebe ist sehr. Wir werden bestimmt so Inselleben umziehen können. Also, vielleicht, hoffentlich. Ich meine, wir haben ja schon ein ganz gutes Haus erstmal. Aber irgendwann werden wir dahin umziehen können. Und dann wird das sehr, sehr schön. Weil ich möchte unbedingt die Stadt halt auch kennenlernen. Und wenn wir da halt sowieso die ganze Zeit sind, ja, wird sie bestimmt einiges dort kennenlernen können. Zumal da ja dann auch bestimmt Männer sind da, ganz viele. So, und du schreibst jetzt ein Buch. Und nebenbei kannst du ja dann Musik hören. Aber steht zu weit weg, anscheinend. Na gut, dann halt nicht. Hä? Ich kann mich gut in deinen Briefkasten ran? Girl! Ähm, 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 hä? Was denn mit euch? Kommen alle von der Schule, haben alle keine guten Noten bekommen. Mensch, seid ihr alle schlecht. Haben wir Geschenke bekommen? Uh, Gemüse. Oh, die können wir verkaufen. Das haben wir, hm. Vielleicht können wir das irgendwann anbauen. In näherer Zeit erstmal nicht. Wir haben gerade ganz gut zu tun. Aber ich behalte die erstmal. Jetzt dansen wieder alle. Aber das ist okay. Die brauchen ja alle irgendwie mal einen bestimmten Level der Fähigkeit. Einer Fähigkeit. Um halt eine Note aufzusteigen. Deswegen ist das schon okay, denke ich. Why? Das auch why? Die müsst ihr heute wahrscheinlich entbinden. Das wäre ja eine Sache, ne? Bin mal gespannt, wie viele Kinder es werden werden. Werden werden? Okay. Ah, jetzt kann sie ihre Werke an den Literaturzirkel schicken. Das meinte ich übrigens in der letzten Folge. Wieder keine guten Noten. Uh. Ah, wehen. Hallo. Hallo, reparier das doch jetzt nicht bis bienen. Äh, bitte. Nein. Alter, was ist denn ihr Problem? Kannst du aufhören? Ich meine, wenn sie das machen will, dann soll sie meinetwegen das machen. Aber was ist mit ihr? Was ist das für eine Kugel, Alter? Was soll denn da rauskommen alles? No. Okay, auf geht's. Hallo. Bist du ein neuer Typ? Ich spreche diesen Namen nicht aus. Aber ich glaube schon, dass er neu ist. Yay. Okay. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ja. Ja. Komm. Bitte Meldung. Hallo. Hallo. Was soll es? Ein Mädchen. Schon wieder. Äh, wir sind jetzt bei F. Äh. Hm. Feline finde ich ganz süß. Es ist nur ein Kind geworden. Uff. Aber hey, immerhin. Hab nach Hause, würde ich mal sagen. Okay. Kind. Kommst dahin. Gehst du dem Kind direkt scheiße? Ja. Irgendwie macht das Kind keinen Sound. Oh doch. Schade. Das wäre doch schöner gewesen, ja. Kind macht direkt Stress, ey. Einfach auf zu existieren. Schon nett. Dann können wir ja nochmal jemand Neues kennenlernen. Mit dem ein Kind zeugen eventuell schon. Weil wir haben jetzt ja noch einen Platz frei, so, ne. Deswegen wäre vielleicht gar nicht mal so doof. Wir schicken das hier sogar dahin, weil dann, äh, kriegen wir noch mehr Geld. Bücher können nur einmal pro Woche eingesandt werden. Dafür sind die tägliche Zeit in Tantem höher als bei einer Veröffentlichung. Yay. Also das Kind kam jetzt ja wieder Donnerstag. Das heißt, äh, Samstag wird das Kind dann zum Kleinkind. 2200. Geil. Gut, ich würde sagen, wir lernen heute mal einen Typen noch kennen. Und machen vielleicht Bum Bum mit dem. Weil, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht heute eine Eins kriegt. Dann, vielleicht sollten wir dann erst Bum Bum machen. Wenn sie halt, weil dann können wir sie rauswerfen. Dann hätten wir eine höhere, dann hätten wir eine Chance darauf, dass sie Zwillinge kriegt. Und, äh, zwei Kinder sind besser als Eins. Yay. Level 10. Dann können wir ja demnächst mal ein paar Gourmet Menüs machen. Okay. Wir gehen jetzt irgendwo hin und lernen jemanden kennen. Wir gehen einfach in den Magnolien-Blütenpark. Ob wir da jemanden finden. Aber wir werden schon irgendeinen Typen finden. Sollten hier rumlaufen wie Sand am Meer. Oh, hier ist es also ziemlich frisch. Oh, wie schön. Wir sehen sie mal in ihrer kalten Outfit-Kleidung. Ich liebe die so sehr. Na, das sieht so schön aus. Okay, mal gucken. Sind hier Typen? Da ist eine Frau. Die interessiert mich nicht. Kann mich nämlich nicht schwängern. Der ist zwar senior, aber eigentlich müsste der mich doch trotzdem... Eigentlich müsste das doch trotzdem gehen, oder? Also, ich meine es schon. Oh, er findet es nicht so toll. Ist er denn vergeben? Nein. Okay. Dann machen wir nochmal ein Kompliment über sein Aussehen. Okay, das mag er. Uh, Rose anbieten. Girl, was tust du? Vielleicht mag er ja Blumen. Uh, er freut sich. Das ist schön. Einfach mal flirten. Uh, das gefällt ihm. Nice. Er springt auf jeden Fall auf sie an. Das ist gut. Hallo, ich möchte den ersten Kuss erleben. Stopp. Jetzt sofort. So, wir bieten ihn um Verabredung und dann können wir ihn zu uns einladen. Dann können wir da, ich glaube, sogar ein paar Punkte noch rausholen, wenn wir diese Verabredung gut machen. Und, äh, ja. Oh, also diese Lebenszeitpunkte da. Und vor allem, äh, ja, haben wir ihn dann direkt da, wenn wir dann halt nicht hin zeugen wollen. Aber sie sollte auf jeden Fall eine Eins bekommen. So, Feline geht es gut, denke ich mal. Flirten, das schaffen wir. Das kriegen wir ihnen. Ich glaube, das bringt halt auch Lebenszeitpunkte. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Man kann auf jeden Fall ein Baby machen. Das ist schön. Okay, wir haben auf jeden Fall ein paar gute Noten bekommen. Yes, sie auf jeden Fall, sie wird auch groß. Schön. Also muss sie auch dann gleich einen Kuchen einmal kurz backen dann. So, bitte back einen Kuchen. Oder haben wir noch einen mit Kerzen? Oh, perfekt. Dann, äh, oh, das können wir verkaufen. Yeah. Äh, du kriegst das da. Hier, Geburtstagskerzen. Und dann kann sie hier noch Geburtstag haben. Hey, da hole ich mir kurz den Randomizer nochmal raus. Oh mein Gott, was ist mit ihr? Okay. Wir kriegen... Äh, hallo? Oh. Slop und, äh, Computer-Wiz. Okay, ich werde es schon finden. Da müsste Computerfreak sein und Slop-Kauten. Hier. Einmal kurz Kerzen hinzufügen, Girl. Und dann kommt das wieder in den Kühlschrank. So, dann kommt, äh, Assamir hier entfernen. So, und, äh, das Kind wird einmal kurz gefüttert. Sie geht weg. Okay, das Kind scheint jetzt ja wieder happy zu sein. Das ist schön. So, dann bitte einmal kurz Baby machen. Wäre sehr wichtig. Wenn die Baby gemacht haben und es geklappt hat, dann gehen wir in den Greatest Sim für sie. Als ob sie das kaputt macht. Girl, what's wrong with you? Können wir für 100 verkaufen. Ist okay. Yeah. Sie ist schwanger. Okay. Das ist schön. Wir gehen jetzt in den Greatest Sim. Also, ich finde ihr Outfit nicht mal scheiße. Aber, keine Ahnung. Also, ich mag ihr Oberteil halt nicht so. Es lässt sich ja ändern. Ich hätte gerne mal was, was nicht cropped ist. Wie wäre es? Oh, das sieht ein bisschen weird aus mit der Hose. Wie wäre es damit? Wird hier ja dazu aber eigentlich keine hohen Schuhe anziehen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich fände es ein bisschen weird. Zumindest. Von meiner Trägen trägt sie sogar eine Brille. Aber nicht die. Die ist jetzt nicht so schön. Oh, die kann sie tragen. So, dann hat sie überall die Brille. Und die Kette nehmen wir mal kurz weg dann. So, das finde ich eigentlich ganz süß. Sie hatte halt vorher schwarze Haare. Aber das Spiel wollte es so, dass sie diese Haare jetzt kriegt. Deswegen hat sie die jetzt so. Girl, das kannst du definitiv nur nicht anziehen. Sowas geht da schon eher. Zum Sport ist das schon okay so, denke ich. So einfach, keine Ahnung, so eine. So. Die Schuhe. Einfach so welche hier. Immer diese ganzen Accessoires, die dazukommen, ey. Äh. Ja, da kann sie halt sowas hier tragen. Die Häschen finde ich okay. Häschen gehen immer. Das Oberteil finde ich super. Und dann einfach so eine Hose dazu. Süß. Das gefällt mir. Das ist ein Outfit. Würde ich genauso tragen. Also zumindest, wenn mir solche Hosen stehen würden. Aber das tun sie nicht. Dann zieht diese Schuhe dazu an. So. Und zum Schwimmen gibt es irgendeinen Badeanzug. Den hier mal nicht wegen. So, das kommt weg. Oh, das Kleid ist richtig süß. Ist das Sisi? Nö, nicht mal. Das ist süß. Das gefällt mir. Und du kannst ruhig die anbehalten, denke ich. Das ist schon so okay. Äh. Dann aber halt eine andere Hose. Und die dazu. Yeah. Das gefällt mir. Okay, sie kann jetzt ja nochmal hier ihre Verabredung ein bisschen. Hier sich erfreuen, ne? Weil wenn es wirklich die Punkte gibt, dann will ich die auch haben. Okay, ich habe schon Gold. Perfekt. Ey. Objekt zurücksetzen, bitte. Gut, ich würde den Part jetzt einfach mal hier beenden. Ähm. Ich mache den Tag wie immer noch zu Ende und so weiter. Es wird aber nicht spannend, dass wir passieren. Deswegen. Ich beende den Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.